Die Narbenkorrektur kommt immer dann in Frage, wenn Patienten dazu neigen, erhebliche Narben zu entwickeln, aber auch zumeist, wenn man irgendwo eine günstige Operation durchgeführt hat und dann der Chirurg halt einfach nur zugenäht hat und dann hat man die Probleme, dass die Narbe nicht sehr fein ist. Wir haben hier verschiedene Techniken bei uns, die Lupenbrillentechnik, die mikroskopische Technik, aber wenn nun mal so eine Narbe da ist, dann bedarf die einer Behandlung und wir schaffen hier, denke ich, sehr schöne Ergebnisse und dazu empfehle ich jedem erstmal ein Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen.